Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Das ist die nächste Episode meiner VR und AR Weekly News. Diesmal mit Kalenderwoche 47 2022. Und habt ihr schon den ersten Glühwein getrunken? Ja, ich auch. Aber das sprengt ja schon fast das Budget. So teuer ist das geworden. Junge, Junge. Was kostet das hier? 4,50 Euro in Glühwein plus 5 Euro Pfann. Ja, äh, naja. Es ist geisteskrank. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich mach das jetzt so. Ich kaufe mir dann irgendwie im Supermarkt eine Flasche Glühwein. Ja, äh, dann hab ich noch von letztem Jahr so die Glühweintassen vom Weihnachtsmarkt und stell mich trotzdem draußen. Ich weiß auch nicht. Das ist alles verrückt. Oder was meint ihr? Wo waren, um was geht es hier nochmal? Achso, ja, um VR-Hardware, Spiele, Releases und Sales. Ja, wie immer. Danke an meine Sponsoren. Von Voodgo's VR, Oppermann Events, Virtual Escape, Slimbeats und Antline Audio mit ihren VR-Headset-Mikrofonen. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's. Letzte Woche hatte ich noch drüber berichtet. Qualcomm AR2, der neue Augmented Reality Prozessor. Und jetzt gibt's schon die erste angekündigte Brille oder zumindest ist das ein, ja, ein sogenannter Blueprint und zwar von Niantic, die ja immer diese Augmented Reality-Spiele machen, wie zum Beispiel Pokémon Go oder Ingress oder Harry Potter Wizards Unite. Ja, und die haben jetzt ein Headset angekündigt. Hier sieht man das, wobei auf dem Foto hier unten sieht man es ein bisschen besser hier, ja, die haben hier so einen Controller. Und das Ganze sieht wirklich sehr leicht aus, ja, wir haben so einen Stoff-Strap, sag ich jetzt mal. Und das kann man hier auch so zusammenklappen, ne, damit man das zum Reisen besser verstauen kann. Guckt mal hier, wie dünn das hier alles ist. Das sieht schon irgendwie abgefahren aus, ja, hier ist es nochmal, wobei das hier ein bisschen größer irgendwie aussieht, ja. Ich denke mal, das hier ist eher nur so ein Fake-Prototyp und das hier ist einer, der richtig funktioniert mit den ganzen Kameras. Das ist schon echt abgefahren, ja, aber Niantic hat selber gesagt, dass sie das nicht so auf den Markt bringen wollen. Das soll nur ein Referenz-Headset sein, damit andere Firmen das quasi so als, ja, Blueprint nennen sie das ja immer, nehmen können. Ich gehe mal davon aus, dass frühestens 2023 wirklich so ein Headset mit dieser Technik auf den Markt kommen wird. Die nennen das sogar Outdoor-AR-Headset, ja, also dass du das wirklich auch draußen benutzen sollst. Meine Meinung dazu, ich weiß es nicht. Ich bin mir immer noch relativ sicher, dass keine Sau draußen mit so einem Ding rumläuft, ne. Außer natürlich die abgenerdetsten Nerds auf dem ganzen Planeten. Also ich würde es zum Beispiel schon mal nicht machen, obwohl ich ja schon ein krasser Nerd bin, ja. Weiß ich nicht, ja. Was ist denn der Use-Case davon? Also du, klar, wenn du da ein paar Kumpels hast, kannst du dann vielleicht mal so draußen auf so einer großen Wiese irgendwie so ein Spiel da spielen oder so. Aber zum Beispiel hier fürs Navigieren oder so, setze ich mir so ein Ding auf? Ne, komm, ich weiß es nicht. Das ist alles Outdoor-AR. Ich bin nicht sicher. Ja, schauen wir mal, wohin das führt. Auf jeden Fall eine interessante Sache und ich würde es sehr gerne mal ausprobieren. Da haut es mich ja vom Planet. Guckt euch das mal an. Da gibt es auch mehrere andere Seiten, die darüber berichtet haben. Und zwar, es passiert etwas, womit fast keiner mehr gerechnet hat. Vor allem nicht dieses Jahr. Meta verkauft wieder Headsets in Deutschland. What the fuck? Unglaublich, oder? Das ist natürlich interessant. Also die scheinen sich jetzt da so geeinigt zu haben, ja. Und wollen jetzt, also die Meta, als erstes wollen sie die Meta Quest 2 rausbringen. Ja, das ist die hier. Stand-alone Headset. Ist ein gutes Stand-alone Headset, ne. Also vor allem der Store. Also die Apps dafür sind wirklich, das sind wirklich gute und wirklich viele, ja. Und die kann man ja auch mit der Meta Quest Pro, die soll aber ein bisschen später kommen, ja. So wie ich das verstanden habe. Als erstes kommt mal die Quest 2. Ich denke mal, die wird man dann natürlich über Amazon bestellen können. Und dann haben wir auch diesen ganzen Zauberlos hier, das aus Frankreich zu bestellen. Wobei das auch kein Problem ist, ja. Also ich habe meine ja auch aus Frankreich und Amazon Frankreich und das ist gar kein Problem, ja. Ich hatte die Meta Quest Pro auch aus Frankreich gekauft. Das war in zwei Tagen da, ja. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, die wieder zurückzuschicken, weil mir das, das ist einfach zu teuer. Preisleistung ist halt scheiße. Ja, 1800 Euro. Ich habe die eher getestet. Ihr habt ja mein Review vielleicht gesehen und das war nicht, also nö. Das sehe ich einfach nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben. Dafür, dass die ein bisschen besser ist, ja. Habe ich wieder zurückgeschickt. So, nach Amazon Frankreich. Allerdings muss man die irgendwie nach, wo muss man die nochmal, nach Serbien oder so. Also nicht nach, man schickt die an eine Adresse, nicht in Frankreich und dann wird die in so ein Rücksendezentrum geschickt und dann kriegt man das Geld halt zurück, ne. Also so läuft das. Ja. Allerdings dauert es ein bisschen, bis das Geld zurückkommt, ne. Also das geht nicht so schnell wie bei Amazon Deutschland. Das dauert, das kann mal ein oder zwei Wochen dauern, bis das Geld wieder da ist. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein, ja, wenn ihr das zurückschicken wollt. Aber ich meine, ja. Aber das hat sich ja bald erledigt, dann wird es das in Amazon Deutschland geben. Sobald das verfügbar ist, werde ich euch da ein Video zu machen und dann natürlich auch den Link schicken und so. Dann könnt ihr das kaufen, wenn ihr da dran interessiert seid. Aber vergesst auch nicht die Pico 4. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Alternative zur Quest 2. Aber unglaublich, ne. Habt ihr damit gerechnet, dass das wirklich so schnell jetzt in Deutschland... Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hab ich falsch gelegen. Ich hab gedacht, das dauert noch ewig, bis das in Deutschland kommt. Wahnsinn. Aber macht ja jetzt auch dann Sinn, ja. Super. Eine verrückte Threadmill hab ich gefunden. Und zwar nennen die das Taco VR Platform. Das ist völlig verrückt. Der Marc Dufour, ich hoffe, der hat das... Ich hab das richtig ausgesprochen. Der hat dieses Ding erfunden. Und im zusammengefalteten Zustand zum Transport oder zur Lagerung sieht das halt wirklich wie ein Taco aus, ja. Das kannst du halt so zusammenklappen. Und wenn das offen ist, sieht das so aus. Und das sieht echt verrückt aus. Also das hat ganz viele Motoren und all so ein Zeug. Und, ja, ihr klappt das dann halt so auf. Das Ganze kann so rotieren, ja, damit ihr so Schritte gehen könnt. Ja, das geht auch hinten vor und zurück. So, und jetzt macht er gleich da diese Schuhe. Oder, ja, das sind die Schuhe und zeigt das dann. Und dann kannst du halt so Schritte nach vorne gehen. Aber ich hab noch nicht so ganz das Gefühl, wenn du die Füße hochhebst... Also, ich glaube, man fliegt da noch aufs Maul irgendwie, ne. Also der hat auch geschrieben, dass man da noch keine Sicherheitsfeatures hat. Also da müsste ja noch irgendwie so ein Ring drum oder so, damit man nicht da aufs Maul fliegt, ja. Und das ist natürlich so eine Sache, ja. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Guckt euch das an, das ist so verrückt. Also anscheinend merkt er da irgendwie, wo du hingehst und schiebt das dann so nach vorne. Also der dreht sich auch immer so, dass du vorne dann Platz zum Gehen hast irgendwie. So, da ist das Set, ja, daraus kann man das zusammenbauen. Ja, und das ist aber, wie gesagt, so noch nicht auf dem Markt. Ja, da müssen noch Sicherheitsfeatures rein und so. Aber, das ist sehr interessant. Hier könnt ihr auf GitHub euer Taco VR selber zusammenbauen, ja, wenn ihr da Bock drauf habt. Völlig verrückt. Von Treadmills halte ich nicht viel. Ich habe fast alle ausprobiert und ich fand eigentlich alle überhaupt nicht immersiv, so dass man jetzt sagen kann, okay, das ersetzt das richtige Gehen. Also ich fand die alle anstrengend, nervig und nicht immersiv. Das Beste insgesamt fand ich noch das Infina Deck. Das ist allerdings viel zu groß, viel zu schwer und unbezahlbar und unterstützt kaum Spiele, ja. Und da hast du halt dieses Laufband, wie bei Ready Player One. Das fand ich gut. Aber der Rest war irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Ich glaube, das dauert noch Jahre, bis sowas halbwegs vernünftig funktioniert. Finde ich zumindest. Peaky Blinders. Davon habe ich euch ja vor kurzem berichtet. Das ist ein Action-Abenteuer, das ziemlich cool aussieht, ja. Also da freue ich mich tatsächlich drauf, ja. Weil das ist auch mal ein Spiel, wo man nicht nur rumballert, ja. Das hat ein Release-Datum und zwar für die Quest 2 und die Pico 4. Ja, und zwar ist das der 9. März 2023. Ja, das ist also jetzt nicht mehr so unfassbar lange. Und dann können wir das zocken. Leider gibt es kein Release-Datum für PC VR, was ich persönlich immer schade finde, weil am liebsten zocke ich natürlich die besser aussehende PC VR-Version. Aber ja, mein Gott. Ich bin gespannt. Auf der Quest gibt es ja auch gute Spiele und auf der Pico 4. Ja, so ist das ja nicht. Solange die Entwickler sich Mühe geben, kann man auch auf den Standalone-Brillen guten Content bringen. So ist das nicht. Passiert halt nur kaum. Das ist das Problem. Naja, ich bin gespannt. Vielleicht macht Peaky Blinders ja da eine Ausnahme. Achtung an alle Batman-Fans. Da kommt was. Da kommt vielleicht was. Es gibt einen Leak von Janko Rutgers. Und der hat herausgefunden, dass es eine Batman-VR-App für Standalone-Brillen, und zwar für die Quest, geben wird. Und ja, das hat er herausgefunden bei, durch ein, also Meta hat wieder ein Studio gekauft, so wie wir das ja gefühlt jeden Monat machen. Und die, durch diese sogenannte Anti-Trust-Investigation hat er das herausgefunden. Da wurde eine Jobstelle gesucht und alles für ein AAA-Projekt. Und da gab es dann auch den Hinweis zu Batman-VR von Camuflai. Camuflai, ja. Was das jetzt genau ist, wie groß das sein wird und so weiter, das wissen wir nicht. Aber es soll ein AAA-Projekt sein. Das heißt, es wird wohl nicht in einer Stunde, es wird wohl keine Short Experience sein, ja. Also ich finde die Batman-Universen eigentlich immer ganz cool. Ich fand auch das PC-VR-Spiel, diese Experiences ganz gut, ja. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, ne. Große Marken müssen für VR her und dann auch gute Umsetzungen. Und dann wird das auch weiter verbreitet, ja. Das finde ich schon wichtig. Sorry, aber als WoW-Fan, das kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Gerade wenn Blizzard sowas macht, ja. Die haben ja normal mit VR und AR nichts zu tun, ne. Da gab es mal ein paar Gerüchte und so, aber leider kommt da ja nichts. Also wenn WoW irgendwann mal in VR rauskommt, dann könnt ihr mich erstmal für ein paar Monate abschreiben. Ja, ich bin wirklich noch so ein Nerd und zockt WoW. Tatsächlich, ja. Ist so, da machst du nichts, ja. Gebe ich auch öffentlich zu. Ist halt so. Jeder hat so seine Schwächen, ja. Es gibt für das nächste Add-on, und zwar nennt sich das ja Dragonflight, da gibt es eine Augmented Reality Experience. Ja, und die kann man kostenlos nutzen. Und da könnt ihr einfach euer Handy nehmen, ja, ganz klar. Und dann könnt ihr einen Drachen in die echte Umgebung reinstellen. Und das sieht ziemlich cool aus. Guckt euch das mal an. Das ist schon ziemlich geil, ja. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch aufnehmen und könnt das dann zum Beispiel euren Kumpels schicken. Und so, wenn ihr da vor so einem Drachen steht. Das ist schon echt cool, ja. Ja, so, hier ist es auch noch. Oh, sorry. War ein bisschen, ne, habt ihr nicht gehört, oder? Ja, so sieht das aus, ja. Das ist schon cool. Du kannst das überall machen. Du kannst den theoretisch ins Wohnzimmer stellen. Draußen ist natürlich mehr Platz. Und dann kannst du so lustige Kurzaufnahmen damit machen, ne. Also, ich mag sowas, ja. Dafür finde ich Augmented Reality cool, um mal kurz so ein kleines, lustiges Video zu machen. GetYourOwnDragon.com, ja. Von Blizzard. Und wenn ihr da Bock drauf habt und mal neben einem Drachen posen wollt, könnt ihr das mal ausprobieren. Vielen Dank an meinen neuen Supporter. Frey, du bist cool. Du kriegst jetzt einige Vorteile hinter den Kulissen-Videos. Spezialrolle auf meinem Discord und frühen Zugang zum Beispiel zu diesem Video hier. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Kommen wir zum Thema Releases diese Woche. Das ist sehr, sehr mau, muss ich sagen. Da anscheinend wegen diesen ganzen Sales, Black Friday und so, kommt da nicht viel raus. Also, auf Steam habe ich gefunden Cowboys and Zombies. Joa. Pff. Ballereispiel wieder, ne. Brauchen wir das? Garantiert nicht. Und dann gibt es noch Beers and Boomerangs. Super Ranks. Joa. Das ist auch eher wieder so kleine Minispielchen. Ob wir das brauchen, wage ich auch mal zu bezweifeln. Ja, nichts Neues auf der Quest, nichts Neues auf der Playstation VR. Das war's schon. Und jetzt zum Thema Sales. Ich mache diese Woche keinen extra Abschnitt Sales, weil das keinen Sinn macht. Ich habe nämlich vor ein paar, vor zwei Tagen, jetzt wenn ihr das Video glaube ich seht, je nachdem wann ihr es seht, habe ich ja dieses Black Friday Sale Video gemacht. Das findet ihr jetzt oben in den Infokarten und auch in der Beschreibung. Da habe ich die ganzen Sales, da sind diesmal natürlich viel mehr, habe ich aufgelistet. Deswegen macht das jetzt einfach keinen Sinn, die alle nochmal aufzulisten. Ja, schaut euch das Video an, da findet ihr die besten Sales und die gehen auch noch ein bisschen. Joa, und dann war's das für diese Woche für die Weekly News. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Checkt mal den ersten angepinnten Kommentar, um mich zu supporten. Das wäre richtig geil. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.